man kann es dein gehirn wieder auffüllen ja das gehirn demonstra ja das ganze mit denen mit den blumen wieder auffüllen und hunger kann es halt viel mit dem bären machen oder halt den schlafsack legen oder müssen die erst mal einen schlafsack machen und da fielen uns ein bisschen ein paar sachen ich kann sowieso noch kein schlafsack erstellen aber vielen vielen lieben dank aber das wird für destiny genommen äh süßigkeiten donation wer darf ich da das für süßes ausgeben was e20 auf jeden fall vielen vielen lieben dank hammer sehr lieb von dir dankeschön sie ist bei mir geht das immer viel energy drinks drauf also ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich ganz viel energy trinke oder so dann kann ich aber auch klo rein los ok geht gar nicht bei mir vor allem da muss ich jede fünf minuten auf toilette ok aber so schlimm ist destiny auch nicht ich habe auch erst gedacht ob das ein äh äh dings ist aber guck mal das ist ja was völlig anderes hier weißt du was ich meine primitiver stab eigentlich kann ja gar nicht sein du weißt du es nicht ja man muss muss hier muss man muss hier alles erstmal richtig lernen ja das meiste hängt wirklich mit 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 sammeln zusammen damit du es lernst ja ja also ich finde es halt viel cooler als bei ark weil du kannst hier wirklich rödeln für das zeug der naja den wollte ich da hättest du ruhig drauf haben können ja hallo wir brauchen ein schlafsack du bist gut nee sagt sie der tue weder auto ab in einer baum nicht ich rede von dem hirsch laufe die ganze zeit dem hirsch hinterher und schau dass ich für sie den schlafsack machen kann und sie lassen einfach an sich vorbei rennen ach nö brauchen wir net ja den können wir knicken nehmen wir müssen unbedingt ihren schlafsack machen wenn du drauf gehst dann bist du wieder in der stadt außerdem kannst du ja dann dein brain immer auffüllen damit wenn du schläfst entweder ist jetzt rote blüten also diese komischen orchideen dinge dann geht es hoch aber am besten heute bett kann man kein einzigen ich hier mehr so gut bin ich jetzt englisch auch nicht ich meine ich krieg es irgendwo gebacken aber manches da so denke ich mir dann sowas wird zu englisch ja wir bräuchten irgendwie einen kleinen hirsch den wo man auch mal in die in unsere box rein manövrieren können wir am besten dann zähmen und dann könnte man mit den elchen zum farmen gehen oder du ich denke mal dass der richtig was wegkrotzt wenn er wenn es auf irgendwas ein haust das denke ich auch hier ist noch ein hirsch was für ein level hier habe ich noch einen schau mal wie du wirst ja acht und was denn ach problem oder was immer natürlich du kannst auf ihn einschlagen da musst du mir mit dem mit dem nicht musst du denn du musst schon die feuerflamme drauf hätte jetzt hat er mal alles geklaut der blöde penner ja aber mich mich hat er k.o. geschlagen naja schon down aber wir haben ja alles geklaut der arsch unglaublich damit total k.o. genockt krass geht mal zeug wieder her du mistiges so jetzt machen wir mal rache ist süß dein fleisch nehmen auch mit naja ist ein bisschen fleisch du musst auf deiner auf du musst dir die flammen dings wochen und auf deine dass die mit dem blauen nicht okay hier sammeln auf ich habe zum flammen dings gerade auf den boden geschmissen was sind denn hingetan müsste vor mir liegen ja hier so ein flammenteil denen machst du damage sonst komme ich auf keinen grünen zweig sonst komme ich hier auf keinen grünen zweig glaub ich auch cool ich muss mal eben was 5 bitte was ja die muss halt immer wieder mal reparieren aber jetzt kochen wir mal und dann dürfte es auch gleich steigen aber jetzt richtig fett fleisch dabei da bin ich voll ausgenockt aber voll die hat voll vollen ausschlag also ich auch ich auch ich ich es ich 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 Bleibt gleich hier, nicht wieder abhauen. Okay. Sagt es euch, wir haben einen Haufen Fleisch. Das ist cool. Ich gehe nämlich dann kochen hoch. Sonst isst es nämlich für die Katz. Äh, Männers auf der Umgang, Mahlzeit. Ja, klar, mehr Spaß. Ich weiß nicht, wo ich so Werbung herkriege. Was, was für den? Ich glaube, ach ne, die habe ich ja schon. Das sind ja diese magische Summe da. Ja, genau. Und wie läuft es bei euch, Toni? Oh, Toni. Oh, Mälo. Oh, Mälo. Oh, Mälo. Oh, Mälo. Oh, Mälo. Oh, ist klar. Oh, ist klar. super ja bei uns eigentlich auch also es ist halt noch so orientierungsphase kennst ja ja Okay. 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 Yer takkirin. Yer takkirin. Hallo. So, ich bin der da. Hallöchen. Hallöchen. Ja. Spiel, was? Na, geht's euch nicht. Ja, und euch? So, hier gleich nochmal. So, ich muss ins Bett hier höhen. Die Hyäne hat mich Kraft gekostet.